Hi, ich bin Sonja, Personal Trainerin und ich habe mich mit Slendertone zusammengetan, um dir das neueste und effektivste Workout im Fitnessbereich vorzustellen. Wir haben dieses Programm gemeinsam entwickelt, um deine Fitness auf ein neues Level zu heben. Dies ist für alle Fitness-Enthusiasten, die mehr erwarten als ein herkömmliches Bauch-Beine-Po-Training. Also starte jetzt mit diesem effektiven Workout, das vor allem deine Körpermitte stärkt. Du kannst alle Übungen mit oder ohne den Slendertone Connect machen. Willkommen zur ersten Stufe in unserem Programm Fitness. Diese Press Burpees helfen dir, deinen Körper zu tonen und deine allgemeine Fitness zu verbessern. Gehe mit den Händen auf den Boden und springe mit den Füßen nach hinten. Lege dich so auf den Boden, dass Hüfte und Brust den Boden berühren. Schnelle mit den Armen nach oben und springe mit den Beinen zwischen deine Hände. Springe auf und drehe dabei deinen Körper um 180 Grad. Wiederhole die Übung 12-15 Mal. Wenn du es langsamer angehen lassen willst, dann lege dich nicht auf den Boden. Wenn du noch eins drauflegen willst, dann springe während der Drehung hoch. Bis zum nächsten Mal.